Ist auch so ein Floraner. Genau, warum auch nicht. Floraner auf dem Untergrund. Ja, da unten sind ja Höhlen. Geh weg. Meine Pixel. Wie geil, ich kann mit diesem Zauberstab Unterwasser-Explosion machen. Geil. Naja, gibts wieder mit deinem Zauberstab an. Ja. Soll ich auch gleich mit meinem Zauberstab angeben? Äh, nein. Eindeutig, zweideutig. Wir haben den Zauberstab, der Battle. Okay, was heute gewünscht ist. Yeah, ich hab ein Manipiator-Duel bekommen. Oh, hier sind ja Blühwürmchen. Lol, was ist das denn? Ein kleiner Unterwasser-Dempel. Soviel zum Thema unter Wasser bleiben, ne? Äh, über Wasser bleiben. Du lügst dir alle an. Besonders mich. Alter, hier fändeln wir einen Scheiß von diesen Viechern. Ja, die sind wahrscheinlich nicht im Ozean. Vielleicht sind es auch anders. Ja. Ich weiß nicht. Bei irgendwelchen Viecher-Musteln auch zum Ozean gehen. Ich würde sagen, bei Fischen. Sniper-Rifo. Hey, ich suche einen anderen Planeten. Ja, hau doch ab. Ja, mach ich jetzt auch. Zuerst bräuch ich aber einen neuen Rohstoff. Wo findet man die nochmal? Was ist? Was? Ähm, warte. Frag mich, was in der Warte. Wer das? Ähm. Hier, ähm. Treibstoff. Die sind Asteroiden? Ja. Wo findet man die nochmal? Asteroiden sind. Na, die fändt geil. Oh, man. Der letzte Treibstoff. Wenn man ganz genau hinhört, dann hört man das bei mir knistern. Weil ich schon wieder Schokolade esse. Entschuldigung für das Knistern. Oh Scheiße. Ich hab mich einfach angreift, wenn ich im Menü bin ey. Arschloch. Ich wollte gerade irgendwas machen. Ähm. Genau. Fackeln. Hackeln. 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 Dich immer verwirks, wenn du mit mir redest. Ist das nicht so? Manchmal. Manchmal, aber auch nur manchmal ist der Mario verwirrt, wenn der mit mir redet. Ah, zu viel Schleim. Ich habe keinen Bock mehr. Ich komme nicht mehr hoch. Nein, ich komme nicht mehr hoch. Scheiß, ich stecke im Schleimfest. Ah, ich habe gar nicht geschafft. Ich bin gut, weil ich es zu gut bin. Ich glaube, ich bin so schlank und rein. Wie viel habe ich denn mit dem Treibstoff jetzt? Was ist das? Ich muss gerade gucken, wie viel ich von diesem Treibstoff Zeugs habe. Eigentlich ist dein Finder. Ähm. 82. Ich weiß, ob das schon ausreichend ist, ob das viel ist. Wie viel braucht man nochmal von dem Zeug? Kacke. Fuck. Viel. Ich habe jetzt 82. Das reicht nicht gerade noch. Nein. Weißt du, wie viel das gerade beladen kann? Mann. Frag mich jetzt nicht an, wenn ich hier gerade kurz am sterben bin, ja? Entschuldigung. Bei mir hast du immer noch volle Leiste. Also fast volle Leiste. Ja, weil ich mich gerade eben geheilt habe. Schmuck. Ah, ja. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Ich weiß aber gar nicht wissen. Was hast du für ein Problem, Mann? Gar kein Problem. Ja, also was fragst du dich denn, wenn du keine Probleme hast? Ich kann dir nicht gucken, wie viel das Ding braucht. Wie viel kann das der Tank generell packen? 1.000. 100. Also 5.000. Weil das doppelt viel gibt. Okay. Nein, das gibt es also 5.000. Das ist voll. Okay. Das ist auch. Wie viel du weiter mit Kommt kommt auf Anbogen gefliegen willst? Die weiter Weg du fliegelst dazu? Wir müssen das verziehen und klar. Ich weiß nicht, ob sie das klar ist. Ich meine, das ist nicht klar, weil ich es dir gesagt habe, ne? Oh, geht das wieder los. Stehst du deinen Senpai in Frage? Ja. Schande. Schande über dich. Man stellt sich nicht seinen Senpai in Frage. Man steht über alles, steht sogar über Familie. Ja klar. Ja. Ja. Senpai ist Leben. Senpai ist Liebe. Was ist Liebe? Senpai, nicht hör' Baby, nicht hör' mich. Nicht hör' mich. Nicht hör' mich. Nicht mehr. Nicht mehr. hat er zum Glück haben wir diesen wo man sich einfach hier durch die Gegend rollen kann der ist so hilfreich alles dank deines Senpai was, stellst du schon wieder ein Senpai in Frage? wie wie habe ich? 213 das ist nur aus diesem stellst du da was als Senpai in Frage? ey, muss ja weeeeg kann ich bitte nicht da oben reinpacken, dann seh ich wenigstens wieviel ah ok, super da so viele Tech hat, aber ich brauche die alle gar nicht mehr ja, gib her nein, vielleicht braucht ihr doch noch irgendwann mal danke wir lieber diese Upgrade Module haben äh, nicht Upgrade und diese, diese, äh manipulator Module äh, nicht Upgrade und diese, äh, manipulator Module die Idiot bin davon die Idiot ja, dann stimme ich zu halt die Fresse halt den Fresse ich wollte es gerade sagen ja, aber ich habe es gesagt, weil ich viel cooler bin boah, Mann boah, es ist offiziell Omnitron ist cooler Senpai ist cooler als Mario-san oh, fuck ist das riskant äh, das war zu riskant ich habe mich selber baue dich auf so einem Planeten nicht weit nach unten ist er gestorben nein, aber es wäre beinahe gefährlich geworden nur beinahe ich habe Fischstäbchen gegessen mhm, lecker Apropos essen äh ähm du bist jetzt gerade allein zu Hause, ne? ich bin auf dem Planeten, ähm, hier drei, vier, vier nein, äh bei dir ist es privat zu Hause also, bei mir privat zu Hause ja ja das heißt, du kannst dich selber bestimmen, wann du isst ja au, au, au das gute ist kurz vor der Aufnahme habe ich erst gegessen ich nicht das geile ist, dass es einfach hier keinen Fallschaden gibt gibt es eigentlich die Möglichkeit sich selber irgendwie, ähm, eine Schwerelosigkeit zu erschaffen? ich habe schon mal gefragt und ich hatte darauf keine zufriedenstellende Antwort, weil ich meinte nein nein das schon mal gefragt ja 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 logisch ist ganz kann es dann darum geht es ja auch das ist scheiße er wird auch wieder aus dem scheiß wird spiel es wird spiel zu scheiß das muss zu scheiß so jetzt habe ich wieder ins wasser abonnierschen die wasserballons für wasserballons ich hab gleich genügend treibstoff mit noch so hälfte mit treibstoff das kann sogar ein sein weil ich kein rest du bist einfach alles da ich will jetzt 500 voll haben dies verliebt sich nicht kleinen dinge zu war mehr Woa, gehe ich hier ab? Nice! Oh, ich glaube, ich war hier schon. Jupp, hier war ich schon mal. Ich sehe schon kaum, dass ich dem Monster gleich von der anderen Seite rein, Renner. Es sind überall nur so kleine Mini-Quellen. Doch, Mario-san. Ja, das ist was. Damit kann ich arbeiten. Ich würde sagen, ein paar Masken würde ich zu behalten. Wir können die viele auch verkaufen, so Kleidungsstürchen. Ich würde einfach mal so aus Jux und Dollar einfach behalten. Weil man muss ja auch stylisch rumlaufen, ne? Okay. Ich frage mich jetzt, ob ich das wirklich wissen will. Wie, hä? Wie, wie du das aussiehst. Ich hab'n Taucherhelm. Sieht wirklich aus, als würde ich unter Wasser atmen können. Taucherhelm. Der ist voll professionell. Du etwa nicht? So, scheiß drauf. Okay. Oh What is left? Senp don't hurt me hurt me no more Ah, here is under water Dörfchen War gesagt Mario hier schon war Glaubt mir nicht Japan war noch überall Ne Bin nicht so weit vorne gewesen Ich hab jetzt leere Flaschen gefunden Schon leer getrunken Säufel 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 Nein Ich überlebe Cool Nein Ich überlebe Ich überlege Segen verstehe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020